Steffen ist ein Arschloch, Steffen ist ein Arschloch. Ich kann meine Wut eigentlich nicht in Worten zusammenfassen gegenüber Patty. Wie er es einfach jedes Mal schafft, aus der Lage, die sowieso schon scheiße ist, noch den größten Kackehaufen umdraufzusetzen. Und immer wenn ich mal scheiße baue, rastet Patty übelst aus. Ich mein's jetzt gar nicht so schlimm, was ich gemacht hab. Nö, bloß dass wir jetzt wieder ins Rebellengebiet fahren dürfen, Patty fast wieder gegen's Haus gefahren ist. Die guten News sind ja, jetzt kommen die guten News, dass die Rebellen mit den Impaunetar, äh, die Rebellen mit Impaunet, die Bullen natürlich. Und wir wahrscheinlich uns keinen neuen kaufen müssen. Aber noch 100.000 Euro wieder für, oder Dollar wieder zahlen dürfen, um wieder neu equipen zu können im Rebellengebiet. Ja, 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 ja. Ja, naja, mein Gott. Und der Papa wieder das aus seiner Tasche bezahlen darf. Du musst halt das Geld doch mal ausgeben. Du musst ja auch, äh, die Wirtschaft angekurbelt werden, das Geld. Der Rubel rollt sozusagen. Ich roll die auch gleich. Der Rubel rollt. Du rollst jetzt halt ja nichts. Wir haben nichts hingekriegt. Weder Koks, weder die scheiß Schildkröten. Nichts. Gar nichts. Die letzten 20 Parts haben wir nichts hinbekommen. So, Steffen, dann hol mal. Holm, pack mal aus. Pack mal aus. Der wird eh nicht da sein. Sag ich dir, so wie es ist. Der ist da. Fetching Vehicles. Und? Da ist er da. Siehst du, fast wie neu. Gib ihm mal einen Schlüssel. So nett von den Polizisten, dass die das gemacht haben. Gib dir keinen Schlüssel mehr. Warum nicht? Du hast hier keine Macht mehr. Ich fliege jetzt wieder. Ich hab sogar erlernt, wie man auf dem Co-Pilot sitzt, steigt. Hey, wir hatten dir beigebracht. So ein cooler Typ, Patty, oder was? So ein cooler Typ, Patty, ja. Der beste Pilot der Welt. Der beste Pilot der Welt. So, hast du jetzt den Affen wieder geschrieben, dass wir da hinfahren? Oder? Ach, wir brauchen doch keine Knaben jetzt, oder? Lass doch einfach hier Drogen und wir jetzt verhandeln. Hä, was willst du? Hä, bist du blöd? Na, das wolltest du doch machen. Du! Äh, nee. Nee! Wir holen jetzt Waffen. Ja, ist ja gut. Hör dich aus, Alter. Äh. Jetzt gibt's denn dafür ne Diskussion. Hast du den schon geschrieben, dass wir jetzt kommen? Ja. Oh Gott. Alles Smith. Umfliegt, das ist ein Bulle, oder? Der Heli links über uns. Keine Ahnung. Sieht so aus. Jetzt ist wieder Bullen-Heli. Der wendet gerade. Kannst aber nicht hinterher. Der Wender dreht doch. Nee, der kommt uns aber nicht hinterher. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Döp, döp. So, was ist jetzt, Patty, verrat mir deine Heimpläne wieder. Was willst du? Deine Heimpläne. Die du ja nie verrätst, bis der Heli explodiert. Hä? 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 Eigentlich wollte ich ja. Eigentlich wollte ich ja. Eigentlich wollten wir was damit machen. Bei Patty fängt die nicht an. Es war einmal, sondern eigentlich wollte ich ja. Genau. Naja. Wenn Patty nicht verunglückt ist, dann spawnt er noch heute. Ist ja meistens so. Wir gehen uns jetzt Waffen holen. Und dann? Die Rebellen abfahren. Dann nehmen wir den Drogen, die da überfallen. Ich wollte ja bloß da landen und dann war es irgendwie zu spät. Mit dem Landen. Ich hoffe, du hast Repair-Kids. Und sonst müssen wir da welche holen. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Ich brauche aber nicht. Entweder das Ding geht in Flammen auf oder ich lande safe. Also ich brauche keine Repair-Kids. Ist klar. Weil ich bräuchte noch alles Mögliche an Equip. Ich habe jetzt nur Klamotten. Ja, ist jetzt schon wieder. Am liebsten würde ich die echt alle gerne über den Haufen schießen. Ja, das wäre auch geil. Aber bringt das was? Wiss ich nicht. Fragst du dich vorher, ob das was bringt? Das freut mich die ganze Zeit, ob du dich vorher fragst, ob das was bringt. Wenn ich mich fragen, bringt das was, wenn ich euch abknalle? Ja, das war doch. Frag mal. Ja, stimmt. Zur Zeit sieht es ruhig aus da unten. Ja, trotzdem, die sind da irgendwo. Ich sehe keinen. Vielleicht in der Halle. Da steht ja beim Pickern. Du willst, warte, Mast? Ja, Mann. Guck mal, was ich mache. Ich sehe keinen. Wenn hier keiner ist, dann schnell kaufen und dann abhauen. Ohne Witz. So, schnell hinrennen. Ich sehe hier wirklich keinen. Doch, hier ist er. Tag, Ferdin. Na? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Zweck Nation und Felix. Sitzt da in der Ecke. Was ist die Karre nicht zugemacht? Vollidiot. Eventuell kommt dann gleich andere. Wir geben uns noch ein bisschen Kohle. Nicht so viel wie vorhin, weil ihr ja gestorben seid. Okay, durch den Absturz. Ja, wie viel willst du jetzt haben? Mach mal 50. Nicht mehr 100. Mach mal 50. Gib mal, gib ihm mal. Mach mal 50 draus, komm. Geil, weil wenn ihm 50 gibt, es einfach nur so 50. Ja, ja, mach ich jetzt auch. Nein. Ich bin jetzt 50. Vielleicht sagt er ja nichts. Mal gucken. Vielleicht sagt er ja, ist in Ordnung. Jetzt. Doch, mach ich jetzt. Ja, mach mal. Danke. Bitteschön. Hast du ihm jetzt 50.000 gegeben oder 50? 50. 50.000? Ja. Naja, ich meinte doch aber 50. Also, weißt du? Ach so, nee. Das wäre halt lustig gewesen. Mach jetzt, dass du dein Zeug kriegst. Mann, ja. 6,5 Millimeter. Alter, warte, das passt nicht. Das passt nicht. Gibt's doch bloß einen 6,5er. Hä? Das ist der TRG 2065. Gibt's doch bloß einen 6,5er Magazin. Was ist das für ein Scheiß? Kann ich dir nicht sagen. Ach so, ich habe das richtig. Das ist ein 5,5,6er. Das ist echt hier aus dem Haus laufen, eh mal drum rum und ihn dann abknallen, Alter. Ja, was hast du denn gewonnen? Ja, nichts. Aber das ist der Einzige, der hier ist und der andere scheint gerade nicht da zu sein, weil er in der Ecke sitzt. Was hast du richtig bei dir gewonnen? Du, du hast jetzt. Ich habe. Ich hoffe mir aber keine Klamotten mehr, sonst fällt der wieder auf. Ne, ich auch nicht. Du hast dir jetzt was anderes geholt, oder was? Die allererste, ähm, die, wie heißt die? Die geht's gerade gar nicht. Aber die braucht 5,5,6er Magazin anstatt 6,5, was daneben steht. Scheiße, ich habe kein Geld mehr. Du hast kein Geld mehr? Ein Freund wartet. Bin sofort fertig. Ich will noch den Night Vision mitnehmen hier. Werkzeugkasten um noch. Verbandskasten. Wo habe ich ihn jetzt? Alter, wer schießt denn hier? Hier schießt du und geht auf meinen Kumpel. Ich bin tot. Er ist tot. Wo ist der? Ja, wunderbar. Ja, wo ist der Typ? Wo ist der Dragnitor? Wisst ihr das? Patty, wo ist denn der? Das ist ein Feind. Keine Ahnung, wo der ist. Nein, nein, nein. Ist das ein Feind hier? Patty war im Heli. Patty war doch im Heli, oder nicht? Ja, ja, der war im Heli. Ja, und der wurde rausgeschossen. Ja, von wem? Na, von Dragnitor. Dragnitor ist das gewesen. Dragnitor ist keiner von uns. Ey, ohne Spaß, Alter. Scheiße hier. Soll ich dir jetzt alle über Haufen ballern? Nein, Stefan, ey. Machst du das sowieso nicht? Hä? Ich würde es probieren. Du bist doch die größte Pfuffe hier. 30 Schuss müssen reichen. Wo ist er? Was labbern die jetzt da? Naja, die rennen ja alle rum und gucken und machen. Toll, Alter, jetzt zeig ich wieder. Also. Ja, wisst ihr, wo der ist? Die zumindest alle schöne Sniper. Wollen sie an den Sniper? Na ja, gucken. Der wird dich weggeschnippt haben. So. Also. Könnte nämlich erst mal, nämlich, der, irgendwas am Heli kaputt auf Orange. Ich sag, was ist denn das jetzt? Und auf jeden Fall war ich tot. Ja, der wird von irgendwo, äh, snipen, wa? Was meinen jetzt? Ja, da drin bleiben. Und denn? Naja, warten und dann, ich hole dich jetzt ab mit meinem anderen Heli. Oder du, oder du bist zu Zeit, rennst raus, startest den Heli und fliegst los. Ne, guck mal, gerade noch was. Leuchtmunition. Fernlass wollte ich nie mehr noch haben. Fernlass. Alter, okay, die Suit ist so geil. Der kostet einfach mal 70.000. So, wie kann ich jetzt das Fernlass? Weißt du, wüsst du das noch? Kein Plan, Alter. Das eckt doch nicht. Drück mal B. B, B, hm, hab ich gerade. B-B-Nukulas. So ein Dixer, Alter. Bist du was, in welcher Richtung du das ungefähr kam? Das sieht doch nicht. Bleib einfach eh mal tot. Auf einmal einfach... Na, was ist jetzt los hier? Na, was ist jetzt nicht? Ach, ihr seid hier die krassen Rebellen. Ey, Steffen, Alter, du legst hier mit den falschen Leuten an. Haha, ja. Der ist gleich tot. Ja, holt ihn euch. Ja, solange wir nicht wissen, wo, rennen wir hier nicht raus. Boah, das sind ein paar Pfeifen, ey. Echt. Dann knallt sie alle ab. Solange wir nicht wissen, wo, rennen wir hier nicht rausgehen. Ohne Witz. Ich probiere den ja irgendwo zu verarschen hier, aber man sieht den ja nicht. Cool, wenn der die Jedis jetzt erstmal alle in den Arsch macht. Aber wo hat denn der die Schnippe denn her, bitte? Ja, wenn der sich die Feuerwehr da geruft. Ohne Witz, warte mal, warte mal. Ich schmiede mal einen kleinen Plan gerade. Wir schreiben den Typen mal, der dich gerade erschossen hat. Und ich verbünde mich mit dem. Pass auf. Ich hab eine richtig gute Sache. Wo ist denn der? Wie ist der? Was sagst du? Wie ist der Typ? Dregnitor. Dregnitor, genau. Was machst du denn? Was spielst du denn jetzt für einen Plan? Jetzt sag ich schon in der russischen Schrift. Was spielst du denn jetzt für einen Plan? Ich will mal fragen, ob der, äh, ob ich mich verbinden kann mit ihm. Und der knallt hier drin ab und bin Spion für ihn. Und bin Mauerwurf gerade. Du bist echt so eine richtige linke Ratte, Alter. Also Leute, wenn ihr wissen wollt, wie er damals in der Schule immer zusammengestangen wurde. Und ihr hänselt wurde, weil er ja mal petzen war. Deffen war das, Leute. Du hast das wisst. Du hast das wisst, er war das. Eine richtige kleine Petze. Klar. Alter, ist was explodiert. Was? Welcher Heli? Irgendwas ist explodiert, aber ich weiß nicht was. Aber kein Heli oder was? Ist der Heli noch da? Ich gucke gleich. Steffen? Hallo? War das so? Text Mess. Ich hab ihm geschrieben. Steffen, hau mal jetzt ab hier. Die lassen sich in Ruhe. Die haben ein Pettiger-Kill, aber die dachten ja... Nimm mal eine Waffe für mich. Ja, ja, ist klar. Was ist? Ja, ja, ist klar. Ich soll mal abhauen. Die lassen mich in Ruhe. Ne, ne, ist klar. Sobald ich da im Heli drin sitze, knall ich mich da ab. Hol mal eine Waffe, bring mal eine Waffe für mich mit. Wie ihn mitnehmen? Steffen, Waffe, Sengi. Pack die Waffe, die du hast in den Rucksack und kauf dir noch eine. Wenn wir euch killen wollen, dann kauf 20 Marazine. Machst du bitte? Warte mal, Katiba, was willst du haben? Na, die allererste. Oder die, die du hast. Boah, dann geht's. Egal. Ohne Waffe. Sag, du bringst eine Waffe für mich mit und dann haust du ab. Mach das jetzt einfach, solange sie mir nicht so auf den Sack gehen. Kauf, ich kann die jetzt mitnehmen. Einfach in den Rucksack und dann... Die Frage ist, wenn ich jetzt Beile drücke. You bought? Ja, hab ich gemacht. So, und dann Magazine noch. Und dann halt Magazine, dass wir jeder Zähne haben. Du hast 5, 5, 6 gesagt, ne? Hast du das erste jetzt geguckt? Ja. Dann 30 Schuss, 5, 5, 6, ja. Welche? Ach, die 30. 30 Schuss, 5, 5, 6. So, mehr nicht. Also, nur die Waffe von... Hast du die Waffe gerade in der Hand? Nö. Meine? Doch. Hast du die in der Hand? Ja. Kommt oben, dass da Magazine drin sind im Inventar? Steht da oben eine Zahl von Magazinen? Oben rechts? Warte, ja, 6. Gut, dann hast du die Richtung geguckt. Ja, aber ich hab jetzt meine wahrscheinlich nicht mehr dafür. Doch, die ist im Rucksack. Meinst er? Ja. Nein, ist sie nicht. Da muss er nicht sein. Na, ersetzt. Bleib mal ganz kurz ruhig, ja. Mein Kumpel ist hier gerade gestorben und ich klär jetzt hier mal kurz was. Ja, jetzt hab ich jetzt deine gekauft. Na, wo ist deine Waffe jetzt? Ja, ersetzt worden. Das ist wie wie eine Klamotten kauft, andere. Ach, das ist doch scheiße auf dem Server hier. Na, dann sag dir, die kommen jetzt mit dem Heli und die sollen da, solange wartest du jetzt da. Ja, ich will, also wenn ich jetzt hier sterbe, dann komm ich hier wieder her und dann will ich von euch 500.000 haben, wenn ich hier sterbe. Ja, du kriegst. Will ich von euch 500.000 haben, Alter. Du bist so krass drauf, Steffen. Die schießen hier, Alter. Dann kriegst du da gerne wieder von uns. Das heißt, wir haben jetzt eine Knarre. Aber eine ist es ja auch nicht. Ich hab gerade eine Nachricht von... Ja, wir schießen nicht. So, kann ich, danke. Hat denn der gesagt? Hat der geschrieben, der Typ? Ja, wie gesagt, es hieß, es war ein Rebelle, hat sich als Fehlinformation erwiesen, deswegen sorry, ich überleg mir noch eine Rückerstattung. Wegen den Rebellen, umso mehr gegen die sind, umso besser. Das heißt, was hat er jetzt gesagt? Das, was ich dir gerade vorgelesen habe. Du sollst dir abknallen. Die Engine ist kaputt. Dann reparier das Ding. Ja, genau. Ich hab kein Dings-Kit. Muss ich mir jetzt gucken. Steffen, hau ab. Der Heli ist kaputt, ihr Pappnasen. Ach so. Ihr Pappnasen. Steffen will das richtig wissen, Leute. Kauf mir jetzt ein Kit und dann hau ich ab. Kit gibt vier. Ja, bin schon unterwegs. Diese Vollidioten. Ganz ehrlich, die müsstest du eigentlich alle umsehen. Ganz unten hier, Werkzeugkasten. Du, I don't have enough room. Wieso nicht? Na, dann musst du halt, ähm... Ich hab dir eine Schmitte mehr. Abschmeißen. Im Rucksack. Dann zieh mal die Magazine in deinen Körper rin, in deine Körperkleidung. Ich hab Werkzeugkasten mit. Drei Stück. Ist doch nicht wahr, ey. Warum kommt jedes Mal irgendein Affe und will irgendwas und Geld und hier und... Das ist halt ein wahre Leben, Junge. Warum kann ich jetzt nicht reparieren drücken? Obwohl ich einen Werkzeugkasten habe. Ja, scrollen. Hab ich. Ich kann nur als Pilot, als Passagier und als Co-Pilot. Na, dann sieht er vielleicht wieder. Da ist ins... Äh, gelb. Na, flieg los. Schreib mal den Trick in die Tor an, ob er dir eine Rückerstattung gibt. Der gibt die Geld. So, wo bist du jetzt? Flughafen. Wir treffen uns, ähm... Am Flughafen. Wollen wir nochmal gucken, wo der war? Am Flughafen. Beim Garage oder was? Ja. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Am Flughafen. Am Flughafen. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Am Flughafen. 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 Vielen Dank.